Boing! Hä? Warum heißt das Corkboard? Äh, ach du Scheiße, jetzt habe ich das Falsche hergestellt. Das wird ja anders gemacht. Das ist die Frage, die ich mir stelle. Was? Cockboard? Cockboard. 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 Na, Cockboard. Cockboard. Ich brauche... Äh, oder? Bumparee. 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 Palim Palim. Oh, 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 oh. Boah, ich habe hier eine viel geilere Tür. Ich hoffe, dass das keiner gehört jetzt. Äh. Melvin, kannst du ein Skateboard herstellen? Drei? Ein was? Ein Skateboard. Guck mal, 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 los, 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 los. Äh, nein, schade. Es gibt keins. Driving Board. Heavy sleeve. Tape, warte mal. Oh, da guck mal, hier. Schade, sonst hätte man nämlich hier eine Skateboardrampe bauen können. Wofür kaufe ich eine Skateboardrampe? Na, wenn du ein Skateboard hast? Ui, oh, ich bin eindeutig zu schnell. Aber, guck mal, hier. Oh, äh. Äh. Ich bin mit der Rüstung eindeutig zu schnell. Kann man die nicht auch andersrum draus setzen, irgendwie? Skated music this. Was? Skated music this fight for license. Aber hier, damit dein Baum nicht umfällt, ne? 1, 2, 3, 2, 0. Er hat sich ja komplett kacke aus. Weißt du, guck, dann hab ich so welche Türen hier. Das sind viel cooler. Na. So eine Tür. Ja, hier, kriegst du eine Tür wieder. Ey, nicht wieder das gleiche wie bei Skateboard. Ich hab's geendet. Nein. Du musst warten, bis ich weg bin. Das weißt du doch. Ähm. Das war ja die Hölle. Dann das hier. Das da. Ich brauch... Für was brauch ich das jetzt? Ach hier, für das Gerät. Oh, gibt's welche Kirchenfenster? Oh, die rote geht auch. Geil, die hab ich schon. Ah. Nósa, der Scheiss. Grrrrp. Döndätt. Döndätt. Tiduu. Ich weiß nicht, für was ich das brauche. Ich crafte mir das einfach mal. Sieht interessant und wichtig aus. A Virtual palette G&B training! Meine Rote Farbe brauch ich wieder. Ich brauche wieder rote Farbe, ich brauche wieder rote Farbe. Das mache ich aus einem Ender Block, ach aus einem Redstone Block. Wo ist mein, da oben ist mein Redstone. Gut. Ich brauche kurz das da. Dann brauche ich einen Gold Block, den müsste ich sogar noch hier drin irgendwo haben, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe hier noch zwei Autocompressor drin, falls du die auch brauchst. Tyrox. Ja. Das da. Dann war die dort, da brauche ich Wake and Blood Shard. Da brauche ich einen Nether Star, den haben wir auch. Wo sind die hin? Wo sind meine Nether Stars hin? Ach und hier sind Pattern drinnen. Nur mal so zur Info, du kannst ganz alles easy zusammen craften. Wo sind meine Nether Stars hin? Da. Ich habe sie nicht benutzt. Und für das letzte Blattohr brauche ich Crystal Cluster. Wie macht man das? Gar nicht. Toll. Okay. Ähm. Wie werden die geschrieben? Happy. Und. Brrrr. 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 Ja, ich muss ja wieder Blut ohne Ende Opfern. Das heißt, ich baue mir hier erstmal Haufen Kuchen auf. Dass ich die dann snacken kann. Also ich habe Spiegel Eier. Ja. Ja, habe ich ja auch. Aber. Ui. Genau. Warte mal was. Hm? Enderman verpiss dich. Sonst töte ich einen Melvin. Okay. Wir verstehen dich voll und ganz nicht. Ich verzweifle. Warum? Was denn? Ich habe gerade gar nicht realisiert, dass ich gerade real bin. Hä? Was? Ich habe nur eine Sekunde gedacht, ich freue mich. Hä? Warum? Was ist heute los eigentlich? Okay, das geht nicht. Das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Dann kommt das erstmal darin. Dann brauche ich dann die Runen dazu. Oh. Ich brauche Kuchen. Tier 2. Genau. Abby Steve. So. Wie mache ich ein Tier 2, Alter? Es. 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 Was? Also. Ähm. Keine Ahnung. Ich weiß halt einfach wirklich nicht, wie man hier so ein Tier 2, Alter baut. Es gibt auch kein wirkliches Buch von Blood Magic. Schick. Das Buch, was ich hier habe, das macht so ganz komische Sachen. Das wechselt immer im Chat hin und her. Was? Wie so ein Affe. Wie so ein Affe. Schön, ne? Ja. Wollten wir nicht eigentlich auf irgendeine andere Ebene gehen? Ebene? 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 Eins. Äh. Yeah. Äh. 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 Ich habe ein Supremum Sword dabei. Ich bin auch komplett ausgera- äh. Ausgerastet? Ach ne. Ausgerastet, muss ich sagen. Ach so. Ausgerüstet. Also wir könnten und so. Äh. Eine Lamentium Leggings und ganze Rüstung ist auch bald hin. Ja, Maven, warum lässt du dich auch so oft schlagen? Ah. Weil ich euch nicht schlagen darf, weil ich sonst getötet bin. und geschändet werde. Oder weißt du das? Weil es wahr ist. Guck. Was ist denn das für ein Buch? Ey komm, ich brauch doch nur... Ah. Oh Gott. Äh. Okay. Schon wieder so verkackter Enderman. Nein, hab ich da nicht. Ich hab noch irgendwas. Hast du noch Beschlüsse? Jam, jam, jam. Was suchst du denn? Stil? Stil? Ja. Ja. Ah, ich brauch wieder Rot, Alter. Ich... Oh ne, ich hab... Ich brauch das nichts mehr. Ich mach unten da schon was. Ja, warte. Ich hab doch hier Stahl-Essenz. Brauch ich Clay? Kriegste! Ja. Ey. Schon mal drei Stück, siehste. Du musst dich eigentlich schon mit dem Ring of Grow hier hinstellen, wo die Stahl-Essenz ist und dann wachsen hast und einsammeln. Ist doch ganz easy peasy. Dann machen wir das weg. Oder? Wer ist weg? Ich glaub Tyro. Ja. Ja. Cool. Wann gehen wir nochmal ins Sieb da? Eigentlich jetzt. Ja. Genau. Ja. Das merk ich mir. Dafür kriegst du jetzt erstmal einen Cock. Warum bauen wir dir nicht einfach einen riesen Cock hier hin? Ja. Ein riesen Cock. Ja. Der muss aber auch noch funktionieren. Guck ja mal. Dein rot geklemmtes Gebiet ist dein Cock, ja? Okay. Und ich mach die Eier dazu. Nein. Guck mal auf deine Map. Hier auf mein... Riesen Cock, aber keine Eier. Ja. Okay. Würde mir zu denken geben. Mhm. Ich auch. Mach erstmal nochmal. Ja. Ey, dieses Glas passt ja viel besser. Oh mein Gott. Was zur Hölle ist das? Das tausch ich jetzt alles aus. Ich will jetzt endlich ins Dieb daaarck. Daarck. Daarck. Was baust denn du hier unten bitteschön? Hier soll meine Farm hinkommen. Achso. Achso. Danke. Oh Gott, das ist perfekt. Oh. Brauch wieder... Was brauche ich denn jetzt? Oh, ich hab kein... Ich hab kein Klee. Haha. Hm. Was? Taurox hat mich getötet, du Arsch. Oh man, das hat sich... Es ist mir grad zu richtig in den Sinn gekommen. Ja. Das ist meine Lebensbestimmung. Oh. Das ist mir grad so egal. Das ist mir grad so egal. Das ist mir halt wirklich nicht so egal. Hm. Das ist mir super egal. Ich kann es so auf alle hier wollen. Okay. Also ich muss das jetzt nochmal ganz kurz testen. Was denn? Japp, den Melvinsler. Och man. Kann ich noch mehr, Alter. Nein, das war jetzt das letzte Mal. Piss dich. Taurox, jetzt ist gut. Wir wollen dann unbedingt noch ins Dieb daaarck. Ich will da jetzt endlich rein. Los. Rein da. Hast du Essen? Was? Hast du Essen? Geh zu Melvin, der hat Eier. Oh ja. Oh nein. Nee, die ist nicht. Hä, warum willst du nicht... hä? Warum willst du nicht meine Eier? Hä? Also wirklich. Guck mal, da sind... 3,2k... 3,2k Eier. Hä, hat der Server grad geleckt? Nee. Nee, da war es bei mir. Ich hab grad irgendwas gemacht, das es bei mir geleckt hat. Wunder. Ich weiß aber nicht was. Ach kommt schon, Kinder. Ich will los. Ey, jetzt sag mal nicht so geil, äh, hier. Wie viel hast du dir rausgenommen? 4 Stacks. Ach Melvin, du hast mehr als genug Eier, ne? Also... Ich kann ja auch gerne noch welche abgeben. Hä, hä, hä. Oh. Na tschüss. Ich brauch dir ja Clay, ne? Warte mal, ich... Ich... Ich kann doch gleich mal da... Lucky Blocks öffnen, oder? Kann ich nicht irgendwie... Ja, das kannst du im Deep Dark machen. Du kannst das automatisieren, Melvin. Cube. Mann, ich weiß aber nicht wie das geht. Ich mach dir das dann. Jetzt komm erst mal hier zum Flugschiff. Zack, zack, zack. Oder ich baue das halt gleich selbst. Wenn ich weiß wie das geht. Ja, ich kann dir sagen wie es geht und du baust es selbst. Können wir auch machen. Okay. Ja. Gut. Klingt nach nem vernünftigen Thema. Äh... Warte Leute, ich mach ja... Ja, wir... Hallo Captain. Ich beende noch schnell die Folge hier. Ich höre jetzt hier. Ich hab ich es dir Kontakt. Ich bin glaube ich... Neil, von der Berg-Lamme ein Mal. Tschüss. Doch ich bin Glück. Und ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Sag, wie ein glücklich.